Ich habe mit dem Privatier, also finanziell freien Menschen, Helmut Jonen gesprochen. Er ist ehemaliger Banker und in diesem Teil meines Interviews habe ich mit ihm darüber gesprochen, welche Erlebnisse er denn schon alle an der Börse hatte. Denn er investiert schon sehr lange an der Börse, seit 1982. Und welche Crashs er schon mitgemacht hat. Und er hat mir verraten, dass Crash-Propheten auch schon vor 30 bzw. 40 Jahren dieselbe Story hatten wie heute. Viel Spaß beim Interview! Hast du, also du hast gesagt, du hast ja am Anfang einen Plan gemacht, hast du ja so ausgerechnet, wann du gerne in Rente gehen würdest und wie viel das eventuell auch, also wie viel du dann jeden Monat auf die Seite legen musst. Und hast du das dann auch konsequent so durchgezogen und wirklich so tendenziell, also unter deinen Mitteln gelebt quasi? Also ich habe dann mal ausgerechnet, ich wusste ja eben, ich hatte damals schon das Gefühl, dass unsere gesetzliche Rente, unsere gesetzliche Rente eben gut ist. Damals gab es ungefähr, ich sage mal, 60, 62 Prozent des letzten Gehaltes als Rente. Und da ja diese Rente steuerfrei und auch keine Krankenkassenbeträge mehr fällig waren, ja, bedeutete das mit einer Rente, die dann 60 Prozent des letzten, des Einkommens ist, hat man im Prinzip eine relativ geringe Lücke. Aber damals fing ja schon diese Diskussion an, weil man ja wusste, irgendwann kommen diese demografischen Wechsel, diese Babyboomer und dann wird dieses Rentenniveau wo absinken, auch wenn damals eben ja der Norbert Bühm immer gesagt hat, dieses berühmte Bild, aber eins ist sicher die Rente. Und dann habe ich eben Rechnungen angestellt und dann habe ich also mit meiner Frau das auch zusammen berechnet. Die habe ich natürlich dann mit ins Boot genommen, weil es kann ja nicht sein, dass ich finanzielle Pläne mache und meine Frau sagt, nee, ich will aber gar nicht, was weiß ich, 10 oder 15 Prozent vom Gehalt sparen. Also wir haben eben Gott sei Dank korrespondierende Pläne dann gehabt, dass meine Frau auch sagte, das könnte ich mir vorstellen. Und dafür bin ich bereit dann, dass wir gemeinsam sparen. Und wir haben uns dann festgelegt, dass wir praktisch 10 Prozent unserer Einnahmen, praktisch dann die nächsten, ich sage mal 30, 35 Jahre, praktisch fortlaufend regelmäßig in Aktien investieren. So, dass dann zumindestens so gegen, ich sage mal Ende 60, äh, gegen Ende 50, die Möglichkeit besteht eben praktisch finanziell frei zu sein. Dann zumindestens, sage ich mal, teilweise, ich sage mal so zu 50, 60 Prozent aufhören können zu arbeiten. So, und dass es jetzt besser geworden ist als gedacht, das liegt an den zwei Dingen, woran sich das Leben ja auch immer ändert. Man muss solche Pläne dann ja auch fortschreiben, weil, was man ja am Anfang nicht weiß, ist ja, wie entwickelt sich dein Gehalt, ja. So, und es hieß natürlich immer, wenn das Gehalt dann steigt, dann steigt natürlich auch die Sparquote, weil wir bleiben bei diesen 10 Prozent, sodass eben die Sparquote mit steigendem Gehalt nach oben geht. So, und was mir da geholfen hat, und deswegen sage ich das heute auch immer jungen Leuten, die dann Arbeitnehmer sind, man sollte zwei- oder dreimal vielleicht, nicht zu oft, aber vielleicht zwei- oder dreimal in seinem Arbeitsleben den Mut haben, vielleicht die Arbeitsstelle zu wechseln, weil dadurch sind eben häufig größere Gehaltssprünge möglich, ja. Weil man gibt seine alte Firma auf, sein altes, gewohntes Umfeld. Man verliert ja möglicherweise dann, wenn man acht Jahre bei einem Unternehmen war, seinen Kündigungsschutz. Aber man bekommt dafür in der Regel ja, ich sage mal, ein Mehr an Gehalt auch, wofür man im alten Betrieb wahrscheinlich vier, fünf Jahre länger arbeiten müsste. So, und ich habe diesen Mut dann aufgebracht. Und was natürlich dann auch kam, das wusste ich natürlich 1982 noch nicht, dass ich dann ja eben praktisch 17 Jahre später in die Schweiz gehen würde. Und jetzt muss man natürlich sagen, in der Schweiz gibt es zwei, drei ganz große Vorteile. A, sind dort die Einkommen größer, höher, deutlich höher. Und zweitens sind die Belastungen auf dieses Arbeitseinkommen deutlich geringer. Ja, also Sozialabgaben und Steuern auf Arbeitseinkommen sind sehr viel geringer als in Deutschland. Und das eröffnet einem natürlich die Möglichkeit, sehr viel mehr Geld zu sparen. Und jetzt kommt noch was, ja? Ist das so? Weil ich meine, du hast ja auch höhere Lebenshaltungskosten. Und ich weiß jetzt nicht, ob das Kanton Zürich steuerlich das günstigste ist. Also hast du da tatsächlich ein großes Delta gehabt, was du mehr auf die Seite legen konntest? Also es ist natürlich vollkommen richtig. Also wenn man in Zürich war und dort eine Bratwurst oder ein Cappuccino oder eine Pizza isst, der stellt fest, das ist ja fast alles doppelt so teuer wie in Berlin oder Bonn oder Köln. Und das ist so. Deswegen ist ja per se das Gehaltsniveau in der Schweiz auch brutto gesehen fast doppelt so hoch wie in Deutschland. So, was jetzt aber hinzukommt auf dieses Brutto, ist halt die steuerliche Belastung sehr viel geringer und auch die Sozialabgaben, sodass man unterm Strich, unterm Strich, ich sag mal, auch kaufkraftmäßig vergleichbar mit dem deutschen Lohn, ich sag mal, doch so 15 bis 20 Prozent mehr hat. So, das ist ja eine ganze Menge. So, und das war eben etwas, das wusste ich natürlich auch nicht. Und es kam natürlich hinzu, dass durch den Wechsel in der Schweiz nicht nur praktisch dieses Mehr an Lebenshaltungskosten, sondern es kam eben nochmal eben auch, ich sag mal, irgendwo 30 Prozent mehr Gehalt dazu, weil meine Frau und ich sind damals auch ein großes Risiko eingegangen, weil damals gab es diese bilateralen Verträge mit der Schweiz noch nicht. Und ich hatte eine Arbeitsgenehmigung nur für die UBS. Das heißt, hätte ich in der Probezeit meinen Job bei der UBS verloren, hätte ich nicht versuchen können, mich jetzt, sag ich mal, beim Konkurrenten Credit Suisse zu bewerben oder bei einem anderen Züricher Unternehmen, ich hätte das Land wieder verlassen müssen. Ja, heute ist es ja so, heute hat jeder deutsche Arbeitnehmer in der Schweiz ein Niederlassungsrecht durch die bilateralen Verträge. Damals hatte ich nur eine Genehmigung, in die Schweiz zu kommen, um diesen einen Job auszuführen bei der UBS. Und ich weiß, mein Arbeitgeber musste damals noch Begründungen schreiben, warum kein Schweizer diesen Job machen kann, den man mir angedacht hatte. Ja, also das war nicht so, also das Risiko des Scheiterns. Und deswegen habe ich natürlich eben auch einen sehr viel besseren Sprung noch gehabt, weil wiederum die UBS hat das bezahlt, weil sie eben auch wusste, wir brauchen jetzt Leute aus dem Ausland, weil ein Schweizer, der kann diesen Job nicht machen. Und du warst dann für Deutsche verantwortlich. Also für deutsche Kunden, allerdings nicht nur Deutsche, die in Deutschland lebten, sondern es gibt ja auch Deutsche, die, ich sage mal, in Monaco leben, in Spanien leben, in England leben. Also ich hatte deutsche Kunden sogar bis in Asien, also ein Kunde, der 40 Jahre in Singapur und Indonesien gelebt hat und da ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hat. Also so hatte man dann eben immer deutsche Kunden, die eben im Ausland leben, weil das ist sehr wichtig von der Mentalität. Also es wäre für mich sehr schwierig, einen Schweizer Kunden zu betreuen, weil Schweizer Kunden ist auch eher, glaube ich, bevorzugend, jetzt von einem Schweizer Private Banker betreut zu werden. Und so hatte man dann eben deutsche Kunden, was aber dann natürlich nicht verhinderte, wenn jetzt zum Beispiel dieser deutsche Kunde in Indonesien mir irgendwann mal einen reichen Indonesier vorstellte, als guten Freund und sagte hier, das ist mein Banker aus Zürich und wenn der dann als Indonesier auch sagte, er möchte auch Kunde bei mir werden, weil mein Kunde mich empfohlen hatte, dann kann man natürlich da nicht jemand anderen, der jetzt für indonesische Kunden ist, zuständig nehmen, weil ich bin ja dann als Person empfohlen worden. Das heißt, natürlich war zum Schluss auch der ein oder andere nicht deutsche Kunde, den ich eben dann betreut hatte im Portfolio. Okay. Und hast du dann von diesem Nettogewinn quasi, den du durch den Landeswechsel quasi oder den Arbeitgeberwechsel, wie viel hast du dann davon auf die Seite gelegt? Also wir sind bei diesen 10 Prozent geblieben. Es kommt jetzt allerdings noch ein zweites Argument dazu und deswegen muss ich sagen, bin ich da ja auch auf Instagram ein bisschen aktiv, dass ich ja auch mal unsere Regierenden herausfordere. In der Schweiz wird das Wertpapiersparen gefördert. Also zum Beispiel, die Schweiz hat ja so drei Säulen Altersvorsorgesystem. Erste Säule ist die gesetzliche Versicherung. Die zweite Säule sind diese Schweizer Pensionskassen. Und die dritte Säule, das ist ja etwas, wo jeder Schweizer bis etwas mehr als 7000 Franken im Jahr, also 600 Franken, etwas mehr als 600 Franken im Monat, praktisch in Aktienfonds oder Anlagefonds investieren kann. Und da läuft das wie folgt in der dritten Säule. Er kann, wenn er jetzt sagt, ich investiere jetzt 600 Franken in einen MSCI World, dann kann er diese 600 Franken als Werbungskosten von seinem Einkommen abziehen und muss bis zum Alter 60 die Erträge, die mit diesem Investment anfallen, nicht versteuern. Also das heißt, es ist dann eine deutlich bessere Rendite, weil in Deutschland, wenn ich jetzt Kursgewinne einfahre oder Dividenden kassiere, gehen ja immer praktisch diese 25% plus Solidaritätszuschlag weg. So, wenn ich in der Schweiz so ein gefördertes Fondssparen mache, in der dritten Säule, sind diese Erträge praktisch, wenn ich die Anlage nicht vor dem 60. Lebensjahr auflöse, sind sie steuerfrei. Und ich kann sogar diese 600 Franken noch von meinem laufenden Einkommen als Werbungskosten absetzen. Das heißt also, meine laufende Steuerschuld als Arbeitnehmer sogar noch senken. So, und wenn man das jetzt mal mit den Angeboten in Deutschland, da haben wir ja eigentlich diese Riester-Rente, die ja eher gescheitert ist, wenn ich das so in den Medien verfolge. Da haben wir natürlich keinerlei Alternativen in Deutschland, die damit auch nur... Ich bin mir sicher, wenn man in Deutschland den Arbeitnehmern anbieten würde, ihr könnt auch, sage ich mal, bis 400, 500 Euro im Monat in irgendwelche Aktienfondssparepläne investieren. Wenn ihr das dann bis zum 60. Lebensjahr haltet und nicht auflöst, dann bezahlt ihr bis dorthin auf die ganzen Erträge nicht einen einzigen Cent Abgeltungssteuer. Und ihr könnt sogar noch praktisch diese Euros eben praktisch als Werbungskosten in eurer laufenden Einkommenssteuererklärung zum Senken eurer laufenden Steuern reduzieren. Also ich würde mir wünschen... Ich glaube, das wird schwierig, das durchzukriegen. Wobei die politischen Parteien ja jetzt meiner Meinung nach mehr und mehr so ein bisschen auf diese Aktiensache schieren, weil die auch die steigende Aktionärsquote sehen. Auf der anderen Seite, was man bei Deutschland nicht vergessen hat, ist, dass wir eine ziemlich starke Versicherungslobby auch haben. Und die freuen sich natürlich eher über abgeschlossene Riester-Verträge als über ETF-Sparpläne, weil da verdient man deutlich weniger dran. Darf man auch nicht vergessen. Aber ich wäre schon ehrlich gesagt ganz froh, wenn wir die Kapitalertragsteuer aufrechterhalten würden und nicht das Ganze auf Einkommenssteuerbasis umstellen würden. Aber gut, da sind wir schon politisch ziemlich weit. Du hast ja mal auch ein Gespräch mit Christian Lindner geführt, ein Interview. Der ist natürlich auch sehr pro diese geförderten Kapitalmarktanlagen. Also schauen wir mal nach dem September, was auf uns zukommt. Ich bin nicht pessimistisch oder ich bin so ein bisschen optimistisch. Ich meine, wir wissen ja, dass unsere Altersvorsorge, die gesetzliche, wirklich zunehmend unter Druck kommt. Auch heute schon die Steuermittel, die da reinfließen. Also das heißt, man muss ja sich eben Dinge überlegen, die man eben jetzt daneben herbaut. Und man sieht ja auch die Beispiele in Schweden, in Norwegen, ja überall, wo es solche zusätzlichen, teilweise dann eben kapitalgedeckten langfristigen Sparprozesse gibt, dass dort diese Pensionsprobleme nicht so drückend sind, die Schuhe, wie bei uns. Und ich glaube eben dieses Rentenproblem, da wird der Schuh in den nächsten Jahren immer stärker anfangen zu drücken, dass, glaube ich, auch wir Bürger, und das sind natürlich vor allen Dingen auch dann eben die jüngeren Bürger, und das sind ja auch die, die euch jetzt zum Beispiel ja primär dann also folgen über YouTube, dass die das einfach auch dann, sie sind ja auch Wähler. Und je mehr man bei einem Politiker auf den Schuh drückt, desto eher ist er bereit dann eben auch mal zu sagen, jetzt haben wir es begriffen, jetzt müssen wir da wirklich mal was machen. Also ich bin da nicht so ganz pessimistisch, also ich glaube schon, dass das in fünf Jahren besser ist, allerdings so ein Paradies wie in der Schweiz. Ich meine, in der Schweiz ist es ja auch so, da sind ja nicht nur diese Altersvorsorgeprogramme, sondern in der Schweiz gibt es ja auch keine Spekulationsfrist. Das heißt, da kann man eine Nestle-Aktie heute kaufen und eine Woche später mit 5% Gewinn verkaufen. Also egal, ob ich die Nestle-Aktie jetzt nach fünf Tagen oder nach 15 Jahren verkaufe, der Gewinn aus dem Aktienverkauf ist in der Schweiz immer steuerfrei. Ja, verrückt. Naja, gut. Kommen wir nochmal zurück zu deinem Weg zum Privatier. Also du hast dann diese steuerlichen Bevorteiligungen genutzt dafür, um das nochmal zu boosten. Mit welchem Alter hattest du denn dann genug Kapital zusammen, um für dich und deine Frau in Rente gehen zu können? Und habt ihr es dann noch tatsächlich gemacht oder hast du dann noch weitergearbeitet? Nein, also das war ja so dann praktisch 2010, 2011, wo sich das abzeichnete. Das war früher als geplant ein paar Jahre. Und da muss ich sagen, das war jetzt der letzte Faktor, der mir geholfen hat. Und da werden jetzt viele junge Anleger sagen, wieso hat euch das geholfen? Das war das brutale Jahrzehnt von 2000 bis 2010. Das habe ich natürlich auch nicht kommen sehen. Also Warren Buffett hat ja immer gesagt, ein hartgesottener Anleger muss es ertragen können, wenn alle 50 Jahre sich das Depot zweimal halbiert. Und in dem Jahr 2000 bis 2010 hat sich mein Depot zweimal halbiert in nur zehn Jahren. Das ist natürlich für das existierende Depot erstmal nicht so schön. Aber das eröffnet dir natürlich als Investor die Möglichkeit, dass du plötzlich, ich sag mal 2002, 2003 Aktien kaufen konntest zu Preisen, von denen du vielleicht anderthalb Jahre vorher geträumt hast. Und nach der Finanzkrise war das ja praktisch genauso. Und beide Male haben sich ja die Aktien dann relativ zügig wieder erholt. Und dadurch, dass wir jetzt in diesen tiefen Tälern, meine Frau und ich, einfach für unser Spargeld mehr Aktien und mehr ETFs kaufen konnten, stellten wir dann fest, hoppla, wir sind eigentlich jetzt schon so 2011 an dem Ziel, wo wir uns das leisten könnten. Und dann kam eben noch ein anderer Punkt hinzu, wo ich dann gesagt habe, auch der Zeitpunkt ist gut. Ich meine, du warst ja auch eben da Banker und früher war Bankberater ein richtig schöner Beruf. Ja, da hast du mit den Kunden zusammengesetzt, hast eine Stunde gesprochen, hast praktisch die Strategien mit ihm besprochen und umgesetzt. Heute sprichst du mit diesem Kunden eine Stunde und danach musst du eben, weil Mifid verlangt, dass vier Stunden Protokolle führen. Und das war ein Arbeitsfeld, was mir immer weniger gefiel, weil natürlich sind die Banken nach der Finanzkrise aufgrund ihrer Vergehen eben praktisch verpflichtet worden, Strafen zu zahlen. Aber sie mussten eben auch heftige Regulierungen über sich ergehen lassen. Und das war so ein Punkt, wo mir dann auch das erste Mal anfing, dieses Gespräch. Also ich finde ein Gespräch, Kunde, Banker, das sollte auf Vertrauen und auf Handschlag basieren. Und das ist ja heute eben anders. Heute ist das ja im Prinzip ein Papierkrieg, was ich für Risiko... Durch die Compliance-Abteilung. Ja, durch die ganzen Compliance und eben auch gesetzlich durch Mifid vorgeschriebenen Dinge, die ja teilweise, man muss es sagen, ja auch Irrwitz und Irrsinnig sind, wo man ja fast das Gefühl hat, will der Gesetzgeber da das Anlegen in Aktien bewusst schwer machen. Und das kam damals ja auch um diese Zeit mit dieser Überregulierung. Aber ich habe gesagt, der Zeitpunkt ist eigentlich ganz gut, weil mir macht das Geschäft auch nicht mehr so viel Spaß wie eben die letzten 25 Jahre. Ja, man braucht dann aber auch viel Mut, in solchen Krisen einzusteigen. Ich habe das also jetzt in diesem, nennen wir ihn mal Flash-Crash oder in diesem sehr kurzen Crash Corona März 2020 auch gemerkt, so am Anfang war ziemlich unwohle Stimmung auch so in der gesamten Community. Soll ich weitermachen? Soll ich meine Sparpläne aussetzen und so? Und das ist dann glücklicherweise sehr, sehr schnell in Aktionismus umgestanden. So am Motto, jawohl, es ist ausverkauft an der Börse. Die Leute haben sich gegenseitig befeuert und dann angefangen zu investieren. Aber diesen Mut muss man dann haben. Und ich meine 2008, oder vor allem in den 2000er Jahren, 2008, auch noch nicht so ausgeprägt wie heute, gab es ja noch keine so starken Social-Media-Communities. Das heißt, man muss dann schon auf sein eigenes Bauchgefühl oder vielleicht hat man noch zwei, drei Freunde an der Börse, sich mit denen quasi absprechen. Aber man hat keine so Community von Hunderten oder Tausenden von Leuten, die sich gegenseitig bestärken und irgendwie auf Discord Mut zu sprechen oder in YouTube-Kommentaren. Also das respektiere ich immer sehr. Da habe ich immer große Bewunderung für Leute, die dann wirklich im Crash zuschlagen, obwohl sie quasi alleine unterwegs sind. Ja gut, ich glaube, das muss man lernen. Ich sage mal, jeder, der langfristig Investor ist oder sagt, ich möchte langfristig in Aktien investieren, der wird ja über kurz oder lang einen Crash mitmachen müssen. Weil statistisch passieren die ja irgendwo alle sieben, acht Jahre. Mal kommen sie schneller, mal kommen sie eben etwas später. Und mein erster Crash war ja 1987. Und da muss ich natürlich sagen, das sagt auch meine Frau noch, damals sagte sie, warst du wirklich bar nicht. Weil das mein erster Crash war. Und der ist natürlich dann auch was Besonderes. Und da entscheidet sich, ich sage immer, nach dem ersten Crash entscheidet sich, ob du als Aktionär dabei bleibst oder eben aufgibst. So wie eben viele Telekom-Aktionäre, nachdem sie eben praktisch nach massiver Bewerbung die Telekom-Aktie gekauft haben, die dann ja eben massiv gefallen ist nach 2000, dann praktisch sozusagen das Handtuch geworfen haben. Wichtig ist eben, wenn man so einen Crash durchmacht, dass man da eben lernt, dass die Welt nicht untergeht. Sondern dass es sich wirklich erholt. Man weiß nicht wann. Wir haben es erlebt, wie letztes Jahr Corona, so ein Crash, der kann in vier Wochen vorbei sein. Das war auch mein erster Crash 1987. Das war ja der prozentual höchste Tagesverlust der Geschichte. Das muss man sich ja vorstellen. Damals fiel der Dow Jones an einem einzigen Tag fast 23 Prozent. Und da bin ich reingerutscht. Und das war mein erst... Ich sage heute ein bisschen im Glück, vielleicht war das gerade dein Glück, weil du konntest gar nicht reagieren. Wäre ich zum Beispiel... So keine Trade Republic App gehabt. Ja, wäre ich zum Beispiel in so einem... Mein erster Crash sowas gewesen wie 2000 bis 2003, wo der Markt, ich sage mal 50, 60 Prozent, schleichend so über zweieinhalb, drei Jahre fast verliert. Weil das eine ist ja ein schneller Crash und das andere ist eben dann eine Base. Und ich sage mal, eine Base ist eben dann auch etwas schwieriger als so ein Crash. Ich glaube, das Glück, dass hier in der Community viele das eben geschafft haben letztes Jahr, ist einmal, wir sind jetzt besser vernetzt. Und B allerdings, weil es auch sehr schnell ging. Das heißt, man saß ja praktisch so ein bisschen in der Falle mit seinen Aktien. Und dann drehte es auch schon. Und das ist natürlich bei einer Base anders, weil da fängst du dann auch schon mal an zu grübeln. Jetzt ist es 30 Prozent weniger nach einem halben Jahr. Dann kommt eine Zwischenerholung und die geht dann auch nach zwei, drei Monaten vorbei. Und dann fällt es noch mal tiefer unter den Tiefspunkten. Das heißt, dass du dann so eine Wellenabwärtsbewegung siehst. Und die Ersten sagen dann, unser Wirtschaftssystem ist am Ende. Das sind dann eben so diese Dinge, die dann eben auch passieren. Und da muss man dann eben, aber auch das kann man lernen. Und das lernt man auch als Investor. Wenn man das eben einmal erlebt hat. Also ich habe auch immer meine Kunden danach beurteilt. Weil wenn Kunden zu mir kamen und sagten, sie möchten unbedingt Aktien haben. Ja, weil das ist so toll. Und dann erzählst du den Kunden, ja, aber sie wissen doch, Aktien können auch mal 30, 40 Prozent fallen. So, und dann habe ich immer gefragt, wie lange sind sie denn jetzt schon Aktionär? Ja, ich bin jetzt seit einem Jahr dabei. So, dann sage ich, okay, weil ich sage immer, es gibt die Risikobereitschaft. Die haben viele Kunden. Aber es gibt dann die Risikofähigkeit. Und die haben leider weniger Kunden. Ja, also es sind mehr Kunden risikobereit und es sind weniger risikofähig. So, wenn ich jetzt ein Gespräch habe mit jemandem, der sagt, er möchte bei mir Aktien kaufen. Und ich sage ihm, wie lange machst du das denn schon mit den Aktien? Und der sagt mir, ja, ich bin jetzt seit 50 Jahren dabei. Und dann sage ich mir, okay, der hat vor 50 Jahren Aktien gekauft, ist immer noch dabei. Der hat jetzt auch schon sieben oder acht Krechs erlebt. Die hat er überlebt. Und er hat immer noch Lust auf Aktien. Ja, also das ist dann so ein Zeichen. Der ist nicht nur risikobereit als Investor, sondern dann sehr häufig auch risikofähig. Und so habe ich das eben auch gelernt. Dieser erste Krech für mich, der war fürchterlich. Gott sei Dank war er sehr schnell vorbei. Deswegen bin ich drin geblieben und habe eben dann auch erlebt. Und das sind dann auch tolle Gefühle. Das sind dann tolle Momente, wenn man sieht, man ist jetzt gefallen. Aber das erholt sich ja alles wieder. Und jetzt kommt was sehr Schönes. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man dann permanent investiert ist, dass ja unmittelbar nach einem Crash die Erholung am stärksten ist. Ja, also der unmittelbare Anstieg nach einem Tal, der ist ja prozentual extremst heftig. Ja, also und nein, und so lernt man das. Und also ich habe heute im Prinzip vor solchen Dingen keine Angst mehr. Ja, und hast ja auch schon genug durchgemacht. Ja, und ich habe eben da auch ein, sage ich mal, Gottvertrauen. Und ich sage mal, es gab auch schon Crash-Propheten, als ich 1982, also 1982 gab es einen Paul C. Martin. Das war auch so ein berühmter Journalist. Ich glaube, der ist letztes Jahr jetzt verstorben. Der war damals so ein absoluter Crash-Prophet, der eben bei einem DAX von 440 Punkten auch mindestens 50 Prozent Verlust, wenn ich mehr vorhersagte. Und warum? Weil, also was waren so die Gründe? Also wie wir das heute auch so haben, wir sind, unsere Verschuldung ist zu hoch, unser Geldsystem bricht zusammen. Also dieselbe Argumentation wie heute. Ja, also 40 Jahre später. Wir stehen vor einem Berg von Problemen und das Ganze muss irgendwann mal wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Ja, das Kartenhaus ist immer eine beliebte Metapher. Ja, ja, ja. Okay, interessant. Ja, cool. Es ist immer gut, mal so weit in die Historie zurückzusehen und so zu sehen, dass da so viele Parallelen sind. Man denkt immer, wir leben jetzt in einer komplett neuen Welt, weil es Smartphone-Apps gibt und Finanz-YouTube-Kanäle und Finanz-Instagramer. Ja, aber im Endeffekt wiederholen sich die Zyklen einfach nur, habe ich das Gefühl. Also die Börse, die Börse, die wieder, oder die Entwicklungen, die Börse ändert sich natürlich. Also als ich meine ersten Aktien gekauft habe, das hat etwas länger als fünf Minuten über eine App. Da musste man noch in die Bank, weil man musste dort Dokumente unterschreiben. Ja, man musste einen Orderzettel ausfüllen, unterschreiben. So, dann ein paar Jahre später konnte man tatsächlich auch Börsen-Orders telefonisch durchgeben. Ja, so, aber meine ersten Orderzettel, ich habe dann ein Jahr später meine erste Aktie in New York gekauft. Das war die Exxon und die IBM. So, da musste ich in die Bank kommen, saß da eben in der Bank irgendwann am späten Nachmittag und dann hat er gesagt, ja, ich muss das jetzt nach Frankfurt faxen. Die geben das jetzt irgendwie weiter dann nach New York. Ja, und zu welchem Kurs sie die Aktien bekauft haben, das können wir ihnen dann frühestens morgen Nachmittag sagen. Ja, wenn ich heute bei wem auch immer meine App aufmache, bei einem Broker und ich gebe jetzt irgendeinen Kauf in New York oder Frankfurt ein, dann sehe ich in der Regel, ich sage mal, 30 Sekunden später den Ausführungspreis. So, also das heißt, die Technologie und die Schnelligkeit der Börse, Dinge umzusetzen oder dass ich ja heute nicht in die Bank gehen muss oder ich muss heute nicht mal ein Telefon haben. Ich kann heute praktisch mit Freunden beim Abendessen kaufen, über eine Aktie diskutieren und kann die Aktie praktisch sofort noch kaufen, während ich beim Abendessen mit den Freunden sitze. Ja, früher brauchte ich da geöffnete Bankschalter. Das heißt, die Bank musste offen sein und später, wenn es telefonisch war, musste auch der Bankberater zumindestens telefonisch dann irgendwo, ich sage mal, zwischen 14 und 17 Uhr erreichbar sein. Also nach 17 Uhr ging das nicht mehr. Heute kann ich praktisch um 5.10 Uhr in New York eine Aktie kaufen und wenn ich Frühaufsteher bin, kann ich eben gucken, ob ich, ich sage mal, morgens um 5.30 Uhr was in Hongkong kaufe über irgendeine App oder über irgendeine Bank. Das geht heute problemlos. So, da hat sich viel getan. Aber diese Mechanismen der Wirkung der Börse, da hat sich nicht viel getan. Und das hängt meiner Meinung nach primär damit zusammen, dass ja die handelnden Personen, das sind wir Menschen. Und wenn du da in die Geschichte gehst, die Menschen hatten vor 300 Jahren, wenn es, ich sage mal, auch um Geld ging, genau dieselben Attribute, nämlich Angst und Gier in den Augen. Und das siehst du heute immer noch, wenn du so Filme wie Wall Street oder Wolf of Wall Street, also dieses Gier- und Angstmomentum, das ist irgendwie eine menschliche DNA, die ist uns irgendwo drin. Also, dass wir eben manchmal an der Börse panisch sind und manchmal eben unheimlich euphorisch sind. Das ist ja ein soziales Konstrukt, die Börse. Das ist ja nicht, man kann alles ausrechnen und so, aber im Endeffekt ist es ja ein soziales Konstrukt. Das war auch schon der zweite Teil meines Interviews mit Helmut. Wenn du den ersten Teil noch nicht gesehen hast, solltest du ihn dir auf jeden Fall anschauen. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, solltest du auch das tun, denn es gibt noch einen dritten Teil, wo ich ihm eure Community-Fragen gestellt habe, nämlich seine Meinung zu Kryptowährungen und Bitcoin, wie er das Thema nachhaltiges Investieren ansieht und was für ihn als finanziell freier Mensch finanzielle Freiheit bedeutet. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.